Wusstest du, dass jeder zweite Mensch an einer NAFLD leidet und viele es gar nicht wissen? Hier sind drei Anzeichen, die auf diese häufige, aber oft unerkannte Erkrankung hinweisen. Müdigkeit. Ein ständiges Gefühl der Erschöpfung kann ein frühes Anzeichen einer Fettleber sein. Gewichtszunahme und Stoffwechselprobleme. NAFLD kann den Stoffwechsel beeinträchtigen, was zu unerklärlicher Gewichtszunahme führen kann. Veränderte Blutwerte, erhöhte Leberwerte in Bluttests können auf eine NAFLD hindeuten, auch wenn keine offensichtlichen Symptome vorliegen. Was kannst du tun, um einer Fettleber entgegenzuwirken? Gesunde Ernährung. Integriere Bitterstoffe wie Artischocken, Löwenzahn oder Chicorée in deine Ernährung. Sie fördern die Gallenproduktion und unterstützen die Leberfunktion. Fasten. Heilfasten setzt genau an der Leber an. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Fasten regeneriert die Leber und verbessert ihre Funktion. Bewegung. Regelmäßige körperliche Aktivität unterstützt den Stoffwechsel und die allgemeine Lebergesundheit. Teile diese wichtigen Informationen, um das Bewusstsein für NAFLD zu erhöhen und anderen zu helfen, ihre Lebergesundheit zu verbessern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020